weiter geht's mit mario party superstars wir machen mit dem vierten spiel brett weiter und leider hat es gedauert bis das nächste part kam aber auf jeden fall freue ich mich wieder dass es wieder weiter geht und leider ist der letzte stream für wizard und ich hoffe dass euch gefahren habt und leider wird es leider eingeschränkt weiß durch geräte warum ich falsch gemacht habe mich schon mitgefilmt wurde am ende und deswegen habe ich ein bisschen weggeschritten also ein bisschen eingeschränkt und paar tagen wird es auch noch privat gestellt deswegen tut mir leid leute dass sowas gekommen ist das nächste wizard spiel kommt am wizard game spiel kommt am fünften februar 2022 statt damit ein bisschen einarbeiten kann wie dann spielen kann außerdem am 23 12 hat kurz geburtstag also von aus holenburg das habe ich meine beschreibung geschickt also das haben wir im nikolaustag gemacht vor zwei jahren und da vielleicht erinnert ihr euch mal kurz der ist auf der linken seite und den werden wir noch seinen geburtstag feiern ich glaube der wird 77 oder 78 bin ich so sicher aber das werden wir gut feiern mit ihnen reden und auch noch heilig auch noch heiligabend tag den weihnachten feiern geburt geschenke auspacken und wert alles anschauen die weiteren informationen könnt ihr in der beschreibung anschauen jetzt werden wir mit bürger spielen also in der beschreibung könnt könnt ihr die ganze zusammenfassung alles sehen die ganzen zusammenfassung und neben dieser art in bürger normal machen einmal stark normal und normal das nächste wäre wo die wald das kommt das gibt es eigentlich auf mario party 3 das ist auf mario party 2 es kommt später und da machen wir den weiter und wenn ich jetzt alles geschafft habe werde ich mal 25 roten machen vielleicht wahrscheinlich auch 30 also wenn es wenn ich viel zeit habe mache ich die 30 punkten wenig zeit nur 25 das kommt auch an wenn ich wie viel zeit ich habe alles ist ganz normale und los geht's also die ganzen live streams und neuen videos was ich drehe kommt auch in der zusammenfassung in der beschreibung der in diesem wald nicht aufpasst läuft ganz schnell im kreis vor langer zeit wurde dieser wald um den titel superstars gekämpft doch aus diesem kampf gibt es kein kein eigentlichen sieger hervor heute nun sollte diese geschichte fortsetzen hier bitte ich eine chance die man nur ein pro jahrtausend bekommt ich muss wieder weg bis später jetzt macht toad weiter ok dann übernehme ich das mal kennst du das spielbrett ne prima dann werde ich mal erklären bereitet die richtung schön in deinem auge die falle wechseln die richtung eins der bäume ist es freundlich anzuschauen es lohnt sich hier die stelle tiefste im wald und vorsichtig sein da der baum gemein sein könnte dieser wald ist ein laburin hoffentlich verläuft ihr euch nicht zuerst die zugeinfolge dritter ok aber als ob der erzählen geführt hat das war schon unwahrscheinlich hier sind eure zehn münzen und dann geht es los wo ist der stern ok hier dann sammelt mal genug münzen ja dann los geht's also für erfolg und gebt euer bestes werde ich machen was machst du ja glücksfeld als erstes double würfel ist das gutes aber naja auf jeden fall liked euch das Video auf dem Kanal und danke dass ihr die 41 Abonnenten bekommen haben also das ist sowas von kurz nicht lange gedauert hat war sowas von unwahrscheinlich aber ich hab's geschafft dann werden wir das ist doch nicht sein als okay itemfeld also kein pech ach shit man ja der ist zum kotzen aber dass ich eine 1 gewürfelt habe ist sowas von kotzen ja sie wird viel besser als dich ne ich bin nur ein fan na gut dann versuchen wir mal alle mini spiele gestrandet ne wirklich glücks golf oh ne zielen bitte nicht mich ok genau so aber jetzt letzt passiert hat er auch immer vorteile oh gott cool du Also 0,87. Oh Gott, das wird knapp. Ja, der hat jetzt verkackt. Wie krass. Es ist ja mega schlecht, ey. Lol. Also am 23. wird gedreht über kurz Geburtstag und auch die Hinfahrt nach Eugenburg. Am 23. wird gefilmt. Und jetzt wird es geändert. Das wird gefilmt am 23. Und am 24. wird es hochgeladen. Die sind schon umgedreht. Ja, weiß ich. Und am 24. wird halt die Geschenke ausgepackt. Und am 25. wird auch noch hochgeladen. Am 25 Uhr. So circa 1 Uhr oder 2 Uhr. Ich werde mal versuchen, einen neuen Highscore zu knacken. Vielleicht 30.000 oder so was. 30 Millionen meint ich. Und wo geht er jetzt hin? Im Kreis. Ja, ich weiß. Wow, 9. Und hier hin. Okay, dann drehe ich mal das Spieß um. Und kaufe mir diesen Glückswürfel. Oder? Okay, dann auch in den dreifachen. Schade, dass ich kein Neutralfett habe. Na gut, in anderen Richter. Okay, das ist für ihr ein Nachteil. Genau. Dann geht sie hoch. Und auf Wiedersehen. Oder auch nicht. Ich weiß, die Frage ist, dass es in der nächsten Runde wieder umgedreht wird. Was ist das Schlag? Nee. Regentanz. Ach, jetzt muss ich hier die Paranienzer Flitze. Braucht mir Regen. Oh, ist er schnell. Hallo? Ach, du scheiß Monty. Hey. Okay. Am Ende war es ziemlich gut. Dann hätte ich wieder gewonnen. Dann hätte ich es wieder gewonnen. Boah. Luigi ist ziemlich knapp. Und der ist so einen kleinen Putzi. Das ist ein Baby. Ich werde noch Erster. Genau. Aber die Frage ist, schafft jetzt Donkey Kong das? Item. Er kriegt's. Nee. Ja, dann darf ich keine Eins würfeln. Boah. Der geht zurück. So doof. So. Und wer eine Eins? Okay. Ey, wieso so ausgerastet du? Okay. Dann bin ich wieder auf Null. Aber der erste Stern ist bei mir. Okay. Der nächste ist... Daumen, oder? In eine andere Richtung. Boah. Geil. Danke. Hallo Birdo. Schön, dass du hier gekommen bist. Ich habe hier Würfelfrüchte mit den... Neutwürfeln darfst. Und Münzenfrüchte. Wähle hier, was du möchtest. Item. Okay. Achso, ich darf nochmal Würfeln? Gut. Äh, runter. Oh, ich habe wieder was zu kaufen, aber ich habe leider kein Geld. Da geht's. Ja. Ja. Ich darf wieder ein Kull. Okay. Oh, okay. Tor. Okay. Pris... Piranha-Verfolgungs... Ja. Okay, A-A Immer A Aber da ist Der 1-Spieler eigentlich Was macht Donny Conny? Chill einfach nur Weilung Komm Yes Boah Das war ziemlich knapp Boah, zurück muss ich dieses Spiel nicht machen, ey Also, ich bin jetzt der Erster Neue Richtung Ja, er schafft das Genau Ja, ist klar Mit 14 Ja, ich will ja nicht zum Risikofeld gehen, ne Aber ich liege immer noch Erster Oh, er liegt im Anfangsbereich Er liegt im Anfangsbereich Ja klar Ja, klar In der Nähe von Donkey Kong, ne Du dreckiges Spiel, ey Das kann doch nicht wahr sein Warum hast du sie hier genau in der Nähe gemacht, ey Das kann doch nicht wahr sein Das kann doch nicht wahr sein Ich pinkel ins Bett Auch wieder zurück Das ist für mich ein Vorteil Da kann ich diesen dreifachten Würfel haben Natürlich, oder? Ja, jetzt bin ich dran Noch 7 Noch 7 Scheissdreck Nein Das passiert, dass man so tapfer ist, genauso wie ich Ich bin einfach nur so ein Depp es gibt doch nicht vielleicht wird nur ein feld zweiter aber jetzt schon wenn ihr dreimal die gleiche 20 punkte okay da habe ich vollkommen versagt ich dachte ich komme ich komme in den seiten nicht und da kann ich das schon besser du scheiße oh gott das war völlig versperrt alter der weg war völlig versperrt ich konnte nicht durchlaufen jetzt ändert sich die richtung er verkackt es natürlich naja die frage ist wie hochwertig würfeln natürlich ne neun oh gott das kann nicht wahr sein ist das jetzt im ernst donkin kong oh gott er ist völlig nah ey es reicht nicht ne es reicht viel nicht also jetzt erstmal für donkin kong bitte so und jetzt sieben genau ne sieben so jetzt was brauche ich jetzt ist ja gar nichts was ich möchte ne da gehen wir dreifach nochmal super super also genau ne sieben geprüft habe gute leistung viertel nach neun fahren wir jetzt und da befindet sich jetzt in in der ecke des finsterwalds ja sie ist 40 ähh feuer von 40 feuer von oh entfernt und sie kommt auch noch sogar pech so jetzt bestrafung bitte die helfe denn bonus ok das müssen wir es gewinnen wir müssen es gewinnen ganz schön spießig oh das wird herausfordernd oh gott oh gott das wird zu schwierig oh oh so machen profis ja vielleicht habe ich ja so einen mittleren bereich gemacht vielleicht einmal stark aber luigi ist ja nur einen gang höher ne aber der macht gar nichts ja ein double schlägt da nicht ist ja nur eine acht und genau kommt wieder zurück ja du kommst nicht mehr weiter ne 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 neun ist am besten ne 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 totaler müll ein scheußliches müll jetzt gehst du pechfeld manne neun ist ja auch nicht so gut kein glücksgolf hau den Pocki okay das ist ich gewinne ist zu schwierig ich kann nicht so schnell drücken ja ich schaff das ist nicht schlimm ich gehe in Richtung Buhu das ist besser oh Gott das ist doch nicht dein Ernst genau hinter mir wieso kriege ich den Hundepfeifen nicht ja er bekommt das und ich nicht dreckscheater münzen oh Gott 54 ja wieviel sind das 5, 6, 5, 6 und 7 darf ich nicht büffen ey das ist zu schwierig ich gehe mal Richtung Buhu dreizehn oh dich fehle nicht Ja, nur ein Feld, ey, ne, das ist doch nicht den Ernst. 41. Wer ist das? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, whatever. Ok, hold. Das ist gut. was habe ich auch gepasst und scheiße auf den luigi geschaut ich bin so dumm und ich habe immer auf den luigi geschaut der scheiß drecks da ich auch auf den luigi so habe ich diesen scheiß ich wollte diesen scheißfeld nicht weil ich wusste ich wusste abloggen wenn ich zum pechfeld komme ich muss trinken schießen das sind doch loser das werde ich doch schaffen oder ich habe niemanden getroffen ich habe sie umgepackt wie hat sie mich getroffen ich habe doch abgefälscht ich sehe da wurde luigi nichts getroffen oh man hey war ja nicht geblinkt du kleine hord an Wieso wurde Luigi Noah gar nicht getroffen? Noah war immer auf mich. So, jetzt wird es Rache geben. Jetzt gibt es Rache. Ich gehe jetzt zum Buh. Welche Runde? Schon die achte? Vielen Dank. Weg gehst du? Oh, jetzt bei mir. Nee. Genau, auf Luigi. Das ist doch nicht dein Ernst. Wieso? Genau, auf Luigi. Der ist einfach zu kurz. Ja, Wichs. Oh. Ja, genau. Jetzt haut er von mir ab. Genau. Hau einfach ab. Ich bin die Katze und siehst die Maus. Völlig okay. Bech! So, jetzt den Stern weg. Stern, Stern weg. Bitte einen Stern weg. Stern! Das war was anderes für am besten. Boah, wie war das hier wieder? Oh. Da bin ich wie auf diese scheiß Dreckslücke gelandet, ey. Ja. 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 Yes! Wow! Hehehe! Ich bin bestraft! Yeah! Ja! Das ist gerecht! Hehehe! Genau! Genau! Das ist einfach gelitten, du! Jetzt bei mir! Ja! Das ist zu weit! Direkt wieder auf Donkey Kongs Seite! Exakt! So, jetzt... Oh! 30, ey! Gut! Münzen bei... Boah! Doppi Kong! Bei der Snare! Von Brutzen her! Acht Brutzen! Viel besser! Vielen Dank! Geil! Und jetzt... Für den Verdreifachen... Ja, Minus 4 und 23, ne? Ne, machen wir den Verdreifachen! Ich fühle mich am besten! Okay... Okay... Neue 3... Oh! Oh! Hey! Erzähle Laufen, um ihn zu stoppen! Das war ja taktlich! Das war's! Der voll besoffener Luigi ging überall weg! Ja! Ja! Kein Doppi Kong! Leider kein Stern! Genau! Oh Gott! Oh ja! Geht's! Auf 4! Nummer 3! Oh! Nicht so viel! Kann ich ändern? Ja! Moment mal! Ich muss hier hoch! Ja! Der wird nicht reichen! Also... Ich muss... ... ...hier lang laufen... ...und da hoch! Aber die Pfeilrichtung wurde mir echt dann... ...geändert! Deswegen... ...wirf ich so hoch wie geht! Eine 4 ist nicht so gut! Okay! Glück fällt! Oder? Ja! Ich bin jetzt... So jetzt... Wunder Pfeife! Glückssaal! Auch gut! Ja! Ja! Das Schaukner-Yoga. Wieder das Reitenspiel. Und ich bin wieder Dritter beim Struitschi Erster. Und ich bin wieder Dritter beim Struitschi Erster. Wieso wurde ich ja jetzt so langsam, Mensch? Ja, nur Betrug. Totale Verarsche. Warum wurde ich abgeworfen worden? Jetzt kann ich vergessen. Das war sowas von betrügerisch. Ich kann es nicht verstehen. Wieso wurde ich von Doki-Kong abgestoßen? Hey, alle auf mich, ne? Weil ich davor der Heftigste bin. Ganz genau. Jetzt Runde 10, okay. Acht. Ja, außenrum, der ist so klug. Ja, aber was soll das? Wieso droppt das nicht bei mir? Ja, genau, Mann, genau, der, der, äh, der Drecksvieh, ey. Genau. Ja, aber geht ja hin. Ach so, weil ich wegen der Fallrichtung, ja, genau. Ach du, krass. Warum ist nur 7 günstig? Nur so, nur so 7 Münzen, das ist viel zu günstig. Oder 6 sind, das ist viel zu günstig. In den Frühzeiten ist so etwa 10 oder sowas ähnliches. Ach, wirf einfach, Alter, mal. Oh, wie kann man? Okay, dann geht er, geht er, geht er, schlüsselt Müll. Okay, Bonus 2. Och, nicht das. Hein? Ja, ich hab所, was hypkottet. Konstantin. Ach, ich hab so was zu ngutat getroffen. Ey, geht das? Ich finde die Kurve nicht richtig. Das ist so ein Dreckspiel. Ich kann es nicht glauben, was ist das für ein Scheißdreck? Es kommt einfach nur so ein Dreck, den ich nicht kann. Ist klar. Nur einfach solche Dreckspiegler. Jetzt will ich wieder zum Buch hingehen. Ja wow, das bringt eigentlich nichts. Hat er mit mir getauscht? Nee, da war ein Junge andern. Warum kann man diesen blöden verfickten Scheiß nicht umstellen? Genau, im Gewittergebiet. Ja, die Falle sind richtig. Die Frage ist, dass sie das schaffen kann. Ja, wo ist jetzt eigentlich Luigi? Ist das jetzt in der Nähe von... Nee, der Bruce Warner. Okay. Das ist wunderbar. 25. Naja. Zuhölle. Jetzt gibt es eine Goldrohre. Alles klar. Ja. Also die Feierrichtungen sind richtig, ne? Warte, ich muss noch da hin. Wo? Nein. Es ist nicht. Ja. Wie werde ich denn schaffen jetzt? Ja. Machen wir mal... Machen wir mal einen Double. Fast. Ja, hier lang. Und hier ist die Goldrohre. Okay, zum Glück noch ein Neutral. Zum Glück ist noch Donkey Kong nicht erst da, ne? Da gibt es halt auch noch eine Goldrohre. Klauen kann ich die leider nicht nur... Ist auch... Zum Beispiel auf Platz 4. Ist zwar ein Rekord. Miespiel. Das geht dem nächsten Spot weiter. Und zwar... Eis fangen. Aha. Da... Da muss ich die Eiskugeln fangen. Genau. Da... Da sehen wir den nächsten Spot weiter. Und... Beim nächsten Videos kommen noch kurz Geburtstag ein. Das wird in der Beschreibung sehen. Und wir sehen uns... Äh... Ab den... Kurz vor den Heiligabend-Tag. Ciao. Ciao. Das...